Boris Beckers Beziehung zu Sohn Amadeus galt bis zuletzt als sehr angespannt. Jetzt soll sich die Tennislegende heimlich mit seinem jüngsten Sohn getroffen haben. Seit der Trennung von Lilly, 47, und Boris Becker, 55, gilt auch die Beziehung zwischen der ehemaligen Tennislegende und dem gemeinsamen Sohn Amadeus, 13, als äußerst schwierig. In öffentlichen Interviews unterstellte Lilly dem Ex-Sportprofi unter anderem, keinen Unterhalt zu zahlen und sich nicht um ein Wiedersehen mit seinem Sohn zu bemühen. Die zehnmonatige Haftstrafe von Boris Becker machte jeglichen Vater-Sohn-Kontakt fast unmöglich. Doch auch nach seiner Entlassung soll Boris kaum Kontakt zu Amadeus gehabt haben. Ein Narzisst. Im Video oben holt Lilly Becker gegen Boris Becker aus. Auf Instagram schrieb der 55-Jährige noch über seinen Sprössling, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Nur seine Stimme am Telefon zu hören, war nicht genug. Jetzt berichtet die Bild-Zeitung, dass sich Boris nicht nur aktiv um die Beziehung mit seinem Sohn bemüht, er soll mit ihm auch im geheimen Luxus-Urlaub auf Mallorca sein. Boris Becker – Vier-Stunden-Treffen auf Mallorca Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sich Boris bereits im August gemeinsam mit Freundin Lilian de Carvalho Montero und Söhnchen Amadeus eine Auszeit im Nobel-Hotel Hilton Mallorca Galazzo gegönnt haben. Doch die soll nicht, wie Bild schreibt, zwei Tage gedauert haben. Bunte Weiß – Boris hat Amadeus vier Stunden gesehen. Gemeinsam sollen sie Eis gegessen und Zeit am Pool verbracht haben. Nach wenigen Stunden war die Papa-Sohn-Zeit dann auch wieder vorbei. Auch Elias, 24, und Noah Becker, 29, sollen laut Bild zu Besuch gewesen sein. Über seinen Erstgeborenen, der aus der Ehe mit Barbara Becker, 56, stammt, schwärmte Boris erst kürzlich auf Instagram. Je älter er wird, desto stärker sind wir miteinander verbunden. Boris Becker – auch Lilly verbrachte Zeit auf Mallorca. Über seine Zeit mit Amadeus äußerte sich Becker derweil noch nicht. Aber sicher ist, dass die Stunden mit dem 13-Jährigen etwas ganz Besonderes für das ehemalige Tennis-Ass gewesen sein dürften. Wer glaubt, Amadeus sei ganz alleine für seinen Papa nach Mallorca gereist, der irrt sich jedoch. Wie Bild berichtet, soll auch Beckers noch Ehefrau Lilly zur selben Zeit auf Mallorca gewesen sein. An der Seite ihres neuen Partners, Sportmanager Thorsten Beck, 54.